Alles, 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 alles good So meine Freunde, der DGS wieder am Start. Herzlich willkommen zum neuen Video. Und heute gibt es das Elite-Showcase von der Awesome 1 Strider. Und ja, lasst auf jeden Fall schon mal erstmal irgendwie so 20 bis 50 Likes da. wäre übelst geil. Und im Kommentarbereich vielleicht, ob euch das Hetze, was ich jetzt so anhab, gefällt. Das ist nicht wirklich qualitätsmäßig besser, aber es gibt nicht so krasse Höhen und Tiefen und ist vielleicht bei einem Commentary oder halt gerade bei einem Live-Kommentary auch viel besser. Deswegen einfach mal dazu eine Meinung, wäre auch ganz geil. Aber es soll ja jetzt eigentlich um die Arsene 1 Strider gehen. Und die Arsene 1 Strider ist die zweite Elite-Waffe, die es gibt, beziehungsweise die dritte jetzt, nämlich es gibt die Arsene 1 Speakeasy, die Strider und die Royalty. Vorerst schon mal, die Royalty ist genau das gleiche wie die Speakeasy, nur mit der lila Royalty Tarnung und ja, nichts Besonderes. Deswegen ja, auch nicht so krass oder selten oder sonst was. Ganz normal, stinknormale Waffe, nur eine andere Tarnung. Deswegen beschäftigen wir uns erst mit der Strider und ein bisschen im Vergleich mit der Speakeasy. Ja, die Strider ist halt so ein Pflegefall, nämlich der Schaden ist auf 12, ja, bei der Speakeasy ist sie auf 10 und der Standardschaden ist halt auf 11, ja. So, jetzt ist natürlich die Sache, ja, Strider, Nahkampf, Bombenwaffe, wirklich eine richtig gute Waffe, gerade auf Ascent, wenn ihr patrouillieren könnt und es auch schafft zu patrouillieren, das heißt, dass die Gegner zu euch kommen, wirklich eine echt gute Waffe, ja. Packt noch Leichtgewicht dazu, anstatt unauffällig, und dann schafft ihr auch eure DNA-Bombe. Aber, die Speakeasy erleichtert euch alles. Es ist eine tausendmal bessere Waffe als die Strider. Die Strider ist auf Fernkampf echt nicht zu gebrauchen. Ich sag wirklich nichts, auf Nahkampf Bombenwaffe. Spielt die, packt euch einen Vordergriff drauf, Advanced Rifling, ähm, also hier für Bessercentral, und vielleicht sogar Magazinerweiterung oder schnell ziehen. Äh, dann wirklich eine gute Waffe und patrouillieren, ganz wichtig. Aber mit der Speakeasy, habt ihr mal mit einer Speakeasy patrouilliert. Oder mit der Magnitude, die ihr kriegt, nach 200 Kills mit der Standard-ASM1, die auch besser ist als die Strider. Oder der Redraw, ja, mit der höheren Präzision, die auch besser ist als die Strider. Habt ihr mal damit gespielt und patrouilliert, ja, gerade auf Retreat oder Comeback, oh mein Gott, ist die Waffe gut. Ja, ihr könnt rushen, ihr könnt patrouillieren, wie ihr wollt. Aber mit der Strider könnt ihr das nicht. Die ist, es ist keine Allrounder-Waffe mehr. Die ist, ASM1 könnt ihr, eigentlich, eigentlich könnt ihr die überall spielen. Also, auf Riot könnt ihr die spielen, ihr könnt sie, also wirklich auf weiten Distanzen könnt ihr sie spielen. Versucht doch mal mit der Strider und der DNA auf Riot. Das will ich sehen, Alter. Das wird doch überhaupt nichts. Die ist wirklich sehr, sehr schwach und ich kann euch nur empfehlen, spielt mit der Standard-ASM1 und schaltet euch die Magnitude frei oder habt das Glück und zieht die Speak Easy. Die Strider ist wirklich sehr, sehr selten, aber die braucht kein Mensch. Ja, die ist wirklich schwach und ich glaube, es gibt da bestimmt bessere Profi- oder Kadett-Waffen. Da bin ich mir sogar sicher. Und deswegen kann ich euch einfach sagen, lasst die Strider weg. Strider, sag ich einfach mal Daumen runter, die ist wirklich schlecht. Geht so Speak Easy, Magnitude. Strider ist wirklich scheiße. Ja, ist wirklich ein Reinfall und was ich da Activision gedacht hat, weiß ich wirklich nicht. Und ja, wir sehen uns einfach mal morgen wieder, Mittwoch, Donnerstag, Freitag auch. Jeden Tag kommt jetzt ein Video oder jeden zweiten Tag, wenn dazwischen was kommen sollte. Aber morgen sehen wir uns wieder mit einem weiteren Video. Das wird wahrscheinlich ein Live-Kommentary sein. Mal gucken, welche Waffe ich schwitzen werde. Nächstes Showcase mit der Elite-Waffe wird auch noch kommen, aber welche Waffe weiß ich noch nicht. Schreibt mal einen Vorschlag in die Kommentare und wir sehen uns dann morgen wieder. Haut rein und Tschüss. Bis zum nächsten Mal.